Wir begleiten dich weiter mit der Reihe Keine Zeit für Yoga. Diesmal nur sieben Minuten und du fühlst dich glücklich, lebendig und frisch. Komm auf deine Matte, bringe die Hände vor die Brust und setze eine Intention für die Yoga-Praxis. Hebe die Arme nach oben direkt und beuge dich, Ausatmung nach unten. Einatmung, bringe dein rechtes Bein nach hinten, Knie am Boden, hebe die Arme nach oben, senke die Arme, beide Beine nach hinten, Brettposition, Körper in einer Linie gestreckt. Knie, Brust, Kinn zur Erde, ausatmen, Einatmung in die Cobra. Ausatmung, nach unten schauender Hund. Einatmung, hebe dein rechtes Bein nach oben und schwinge nach vorne zwischen die Hände, linkes Knie am Boden. Hebe die Arme, Einatmung, Ausatmung, Hände zum Boden, beide Füße nach vorne, beuge dich tief, Ausatmung. Einatmung, hebe die Arme nach oben, beuge dich nach hinten, Hände vor die Brust, Ausatmung. Einatmung, hebe die Arme, Ausatmung, beuge dich nach unten, Einatmung, linkes Bein nach hinten, Knie am Boden, Arme heben, Einatmung, die Hände zum Boden, beide Beine nach hinten, Brett, Knie, Brust, Kinn zur Erde, fülle dich geschmeidig, geh in die Cobra, Ausatmung, nach unten schauender Hund, senke die Fersen. Einatmung, hebe dein linkes Bein nach oben und schwinge nach vorne zwischen die Hände, rechtes Knie am Boden, hebe die Arme, Einatmung, die Hände zum Boden, beide Füße vorne, Ausatmung, Vorbeuge, Einatmung, stärke die Arme nach oben, beuge dich nach hinten, Ausatmung, Hände vor die Brust, senke die Arme, Ein- und Ausatmung. Einatmung, hebe die Arme, beuge dich nach hinten, Ausatmung, beuge dich nach vorne, Einatmung, halbe Vorbeuge, setze deinen rechten Fuß nach hinten, rechter Fuß flach und komme direkt zur Krieger, Zwei-Position. Beuge dein linkes Bein tiefer, hebe deinen linken Arm, rechter senken, friedvoller Krieger, bringe deinen linken Arm auf, Oberschenkel, hebe deinen rechten Arm, Einatmung, Krieger Zwei-Position, drehe deinen linken Fuß flach, beide Füße parallel, hebe die Arme hoch und beuge dich nach unten, beide Beine gestreckt, entspanne deinen Kopf, Einatmung, halbe Vorbeuge hier, und laufe mit den Händen zu linken Fuß, bringe deinen rechten Fuß hoch, drehe deinen rechten Fuß nach oben, hebe deinen rechten Arm, Adrachandrasana, halbe und bringe beide Hände zum Boden, wie eine Spirale, rechtes Knie zu linken Knie, mache dich klein, Einatmung, hebe dein rechtes Bein, Ausatmung, mache dich klein, Rund, Einatmung, hebe dein rechtes Bein, Ausatmung, mache dich wie eine Spirale nach unten zu, Matyandrasana, Drehposition, hebe die Arme nach oben und drehe dich nach links, Kopf zur linken Schulter, Atme ein und aus hier, Einatmung, komme zur Mitte, bringe die Hände zum Boden, beide Beine nach hinten in das Brett, Ausatmung, Knie, Brust, Kinn zur Erde, geschmeidig in die Kobra, Einatmung, Ausatmung, nach unten, Schau der Hund, Einatmung, hebe dein rechtes Bein nach oben, Ausatmung, schwinge deinen rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände, linkes Knie am Boden, hebe die Arme nach oben, Einatmung, Ausatmung, Dreh dich nach rechts, beide Arme parallel, bringe die Ellenbogen außen an den rechten Knie und drehe dich nach rechts, in die Drehposition, stecke die Arme wieder vorne, hinten, drehe dich nach vorne und Ausatmung, Hände zum Boden, beide Füße vorne, halbe Vorbeuge, Ausatmung, volle Vorbeuge, Rolle dich nach oben, Einatmung, Ausatmung, Hände vor die Brust, Ein- und Ausatmung, Hände vor die Brust, Einatmung, Beuge dich nach hinten, Ausatmung, Beuge dich nach vorne, Einatmung, linkes Bein nach hinten, linken Fuß flach, komme für Krieger, zwei Positionen, rechtes Bein tiefer beugen, Einatmung, komme in Friedvolle, Krieger, senke deinen linken Arm, hebe deinen rechten Arm und in die Winkel gehen, rechten Unterarm auf, rechten Oberschenkel, linken Arm vorbei, Einatmung, langsam, komme in Krieger, zwei Positionen, stecke dein rechtes Bein, beide Füße parallel, Arme nach oben, Beuge dich, mit Oberkörper nach unten, Hände kannst du unter deinem Schulter oder nach hinten ziehen, Beuge dich tiefer, entspange deinen Kopf, hebe deinen Oberkörper, Einatmung, halbe Vorbeuge und laufe mit den Händen nach vorne, bringe deine rechte Hand in den Boden, hebe dein linkes Bein, drehe deinen linken Fuß nach oben, linker Arm oben, Adra Chandrasana für einen Moment, Halbmond, und Ausatmung, beuge dein linkes Bein, ziehe dein linkes Knie unter dem Rechten wie eine Spirale, mache dich klein hier, Einatmung, strecke dein linkes Bein nach oben, Ausatmung, nochmal Spirale, mache dich klein, Einatmung, strecke nochmal dein linkes Bein nach oben, Ausatmung, Spirale, und im nächsten Ausatmung, setze dich hin, wie eine Spirale, hebe die Arme nach oben, Drehposition, drehe dich zur linken Seite, rechter Ellenbogen aus, linker Knie, linker Arm hinter dir, Kopf dreht sich zur linken Schulter, Madhya Chandrasana, Drehposition, Einatmung, komme zum Mittag, hebe die Arme nach oben, bringe die Hände zum Boden, Beide Beine nach hinten, Brettposition, Ausatmung, Knie, Brust, Kinn zur Erde, geschmeidig in die Kobra, Einatmung, und Ausatmung, nach unten schauen, der Hund, Fersen senken, Einatmung, hebe dein linkes Bein nach oben hoch, und schwinge deinen linken Fuß nach vorne, zwischen die Hände, rechtes Knie am Boden, hebe die Arme nach oben, Einatmung, und Ausatmung, drehe dich nach links, beide Arme vorne und hinten, bringe die Hände vor die Brust, und drehe dich mehr zur linken Seite, rechter Ellenbogen an den linken Knie, Außenseite, Atme tief ein und aus, Einatmung, stecke die Arme zur Mitte nach oben, und Ausatmung, Hände zum Boden, beide Füße nach vorne, Einatmung, halber Beuge, Ausatmung, volle Vorbeuge, Einatmung, stecke die Arme nach oben und leicht nach hinten, Hände vor die Brust, Ausatmung, Einatmung, strecke dich nach oben, hinten, Ausatmung, beuge dich nach vorne, in die Vorbeuge, bleibe hier einen Moment, greife mit den Händen, die Ellenbogen hinter deinen Beinen, und beuge dich tiefer, atme hier in deinen Bauch, ein und aus, rolle dich langsam nach oben zum Stehen, bringe die Hände vor die Brust, Beidankadich, bade zeltsudai na yoga-praxis, namaste.